Eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit ist für mich, wie können wir in dieser Welt der gegenseitigen Abhängigkeiten ein Mehr an Partnerschaft und Solidarität in die internationalen Beziehungen bringen? Ich glaube, dass die konkrete Hilfe in Katastrophensituationen ein besonders wichtiger erster Schritt hin zu einer solchen partnerschaftlichen Welt ist. Gelingt es uns, eine Art kollektive Empathie füreinander zu entwickeln, unabhängig davon, wie weit die Not von uns geografisch entfernt ist? Aktion Deutschland hilft, ist in meiner Wahrnehmung ein wichtiger Katalysator dieser Empathie. Und es freut mich sehr, dass sich hier verschiedene sehr professionelle Organisationen zusammengetan haben, jenseits der existierenden Konkurrenzen. Gemeinsam können sie im Notfall um Spenden werben und damit schnell helfen. Deshalb bin ich mit voller Überzeugung Schirmherr der Aktion Deutschland hilft. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.